So, ich bin jetzt vor dem Homes Place, warte auf einem Parkplatz, bis ein junger Herr rausgeparkt hat. Die Parkplatzsuche hier beim Homes Place ist ein bisschen schwer, aber sie haben eine Garage, wo wir Personal Channings noch nicht reinparken dürfen. Ich werde hier zwei Personal Channings habe im Homes Place, Vienna International Center. Danach geht es ab in den Saturn Tower, wo eine Firma ihren Firmen-Gesundheitstag hat. Ich als Personal Trainer im Namen von Homes Place werde dort anwesend sein und die Leute beraten in puncto Gesundheit, Sport, Training und vielleicht ein bisschen Ernährung. Ja, bis gleich! Suresman-Gesundheit го Stürmer Gere honesty er Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020